Norbert Rier ist ein berühmter Südtiroler Musiker, der vor allem als Sänger und Leiter der Musikgruppe Kastelruter Spatzen bekannt ist. Geboren am 14. April 1960 in Kastelruth, einer Kleinstadt in Südtirol, hat er in seiner Karriere eine beeindruckende musikalische Reise hinter sich. Norbert Rier hat sich schon in jungen Jahren auf dem Gebiet der Musik hervorgetan. Er begann seine Karriere Anfang der 1980er Jahre bei den Kastelruter Spatzen. Diese Gruppe entwickelte sich schnell zu einem der prominenten Vertreter der deutschen Volksmusik und erzielte im vergangenen Jahrzehnt große Erfolge. Mit seiner warmen Stimme und seinem Talent im Komponieren von Musik hat Norbert Rier maßgeblich zur Entwicklung der Kastelruter Spatzen beigetragen. Diese Band hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt eine große Fangemeinde gewonnen. Lieder wie »Tränen passen nicht zu dir« und »Eine weiße Rose« wurden zu den beliebtesten Hits der Gruppe. Doch im vergangenen Jahr stand die Karriere von Norbert Rier vor einer großen Herausforderung, als bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine seltene, aber sehr gefährliche Krebsart, die eine teure und komplexe Behandlung erfordert. Angesichts dieser schweren Krankheit investierte Norbert Rier viel Zeit und Energie in die Behandlung und Genesung. Trotz gesundheitlicher Probleme bewahrt Norbert Rier weiterhin seinen Optimismus und seinen starken Willen. Er ist für viele zu einer Inspiration geworden, nicht nur in der Musikszene, sondern auch in der globalen Krebsgemeinschaft. Seine Beharrlichkeit und Entschlossenheit verbreiteten eine Botschaft der Stärke und Hoffnung und ermutigten andere, sich den Schwierigkeiten des Lebens zu stellen. Neben dem Kampf gegen die Krankheit war Norbert Rier, wenn auch in begrenztem Umfang, weiterhin in der Musikindustrie tätig. Er hat mehrere Auftritte gegeben und neue Lieder aufgenommen, in der Hoffnung, den Fans weiterhin Freude und Ermutigung zu bereiten. Mit einer erfolgreichen Musikkarriere und einem außergewöhnlichen Kampfgeist ist Norbert Rier ein Symbol für Stärke und starken Willen. Trotz schwieriger Herausforderungen ist er weiterhin eine Inspiration für Millionen Menschen auf der ganzen Welt und zeigt, dass mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen nichts unmöglich ist. Die letzten Wochen waren für Norbert Rier, 52, und seine Band, Kastelruter Spatzen, nicht einfach. Ihr Leben wurde durch schwere Vorwürfe des Produzenten Walter Wiedemeier, 54, erschüttert, der im Buch, Wenn die Berge nicht mehr schweigen, schockierende Aussagen machte. In diesem Buch zögerte Wiedemeier nicht, Volkmusikstars aufs Schärfste zu kritisieren. Er erklärte, der Erfolg der Sänger beruht auf einem massiven Betrug. Nur die Stimme von Norbert Rier ist echt, sonst nichts. Diese Worte waren nicht nur für Norbert und die Bandmitglieder ein großer Schock, sondern lösten auch eine Welle der Kontroverse und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und den Medien aus. Der Angriff von Wiedemeier beeinträchtigte nicht nur den Ruf der Kastelruter Spatzen, sondern warf auch große Fragen nach Ehrlichkeit und Transparenz in der Musikindustrie auf. Gefühle des Verrats und der Angst waren in der Band weit verbreitet, und Norbert Rier bildete da keine Ausnahme. Die Band, Kastelruter Spatzen, war in der Vergangenheit immer für ihre Aufrichtigkeit und ihren Fleiß bekannt. Doch nun sehen sie sich dem Misstrauen und dem Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt. Diese Geschichte verbreitete sich auch weit über die Landesgrenzen hinaus, da Gerüchte, dass ausländische Musiker an den Alben der Band beteiligt waren, weitere Zweifel an der Aufrichtigkeit der Gruppe aufkommen ließen. Norbert Rier und die Mitglieder der Kastelruter Spatzen stehen vor einer großen Herausforderung. Wie gehen sie mit diesen Vorwürfen um und schützen ihren Ruf? Sie suchen die Unterstützung der Fans und der Musikindustrie und versuchen gleichzeitig, die Wahrheit hinter den Anschuldigungen herauszufinden. Bei diesem Kampf geht es nicht nur um ihren persönlichen Ruf, sondern auch um ihre Vertrauenswürdigkeit und Integrität in der goldenen Volkmusikszene, mit der sie seit so vielen Jahren hat. Marlene Dietrichs frühe Erfahrungen auf der Bühne halfen ihr, ihre Fähigkeiten zu perfektionieren und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Sie begann, in verschiedenen Theaterproduktionen aufzutreten und gewann dabei an Popularität. Es war also offensichtlich, dass sie für Größeres bestimmt war. Der Aufstieg von Marlene Dietrich zum Ruhm war ein faszinierender Teil ihrer Lebensgeschichte. Er begann mit ihrem bahnbrechenden Auftritt in dem Film Der blaue Engel von 1930, der sie über Nacht zu einer internationalen Berühmtheit machte. In diesem Film spielte Marlene Dietrich die Rolle der verführerischen Nachtclub-Sängerin Lola Lola. Ihr Auftritt in diesem Film war nichts weniger als sensationell. Ihr einzigartiges Talent und ihre betörende Ausstrahlung fesselten das Publikum. Dieser Film war nicht nur ein großer Erfolg in Deutschland, sondern eröffnete auch die Tür zu Hollywood. Mit ihrem Vertrag bei der Paramount Pictures ging Marlene Dietrich nach Hollywood und setzte ihre Erfolgsserie fort. In Hollywood spielte sie in einer Reihe von erfolgreichen Filmen, darunter Morocco und Shanghai Express. Ihr einzigartiger Stil, ihre rauchige Stimme und ihre sinnliche Präsenz auf der Leinwand machten sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Marlene Dietrichs Aufstieg zum Ruhm war jedoch nicht nur auf ihren äußeren Reiz beschränkt. Sie war eine talentierte Schauspielerin, die es verstand, verschiedene Rollen zu verkörpern, sei es als verführerische Femme Fatal oder als starke, unabhängige Frau. Ihr vielseitiges schauspielerisches Können beeindruckte Kritiker und Publikum gleichermaßen. Ihr Erfolg brachte ihr nicht nur Ruhm, sondern auch Reichtum und Anerkennung ein. Sie wurde zu einer Stilikone ihrer Zeit und beeinflusste die Mode und das Image vieler Frauen. Ihr Name wurde weltweit bekannt und sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Hollywood und der Glanz der Karriere waren untrennbar mit Marlene Dietrich verbunden. Nach ihrem bahnbrechenden Erfolg in der Blaue Engel kehrte sie Deutschland den Rücken und machte sich auf dem Weg nach Hollywood, um dort eine beeindruckende Karriere zu starten. In den 30er Jahren wurde Marlene Dietrich zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Ihre charismatische Präsenz auf der Leinwand und ihr einzigartiger Stil machten sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Filmrollen. Ein Beispiel dafür ist ihr Auftritt in Morocco, wo sie die Rolle der verführerischen Schantöse Amy Jolly spielte. Ihr ikonischer Auftritt in einem Smoking und mit Zylinder ist bis heute legendär. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere war der Film Shanghai Express, der 1932 veröffentlicht wurde. In diesem Film spielte sie die Rolle der mysteriösen Shanghai Lily. Der Film war ein großer Erfolg und festigte Marlene Dietrichs Status als eine der führenden Schauspielerinnen ihrer Zeit. Was Marlene Dietrich von anderen Schauspielerinnen ihrer Ähre unterschied, war nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Fähigkeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020